Ich darf euch heute begrüßen bei uns im Hofladen der Familie Ertl im Kapellenweg 42 in Plattling. Wir haben im Februar 2022 unseren Hofladen mit Lieferservice eröffnet und wir bieten eine Vielzahl an regionalen Produkten an. Wir bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb und so ist die Idee entstanden unsere Produkte selber zu vermarkten. Von unserem landwirtschaftlichen Betrieb stammen die Kartoffeln, die wir im Hofladen vermarkten. Durch die Regionalität, durch die kurzen Transportwege können wir natürlich eine super Qualität anbieten und im Hinblick auf die Krisen in der Welt ist natürlich eine Lebensmittelversorgung, die vor Ort stattfindet, nicht zu vernachlässigen. Wir bieten zum einen eine große Vielfalt an Produkten an, die man einfach so für einen wöchentlichen Einkauf braucht, aber natürlich auch eine breite Palette an Spezialitäten, die halt einfach mal was besonders sind, wo wir auch zeigen wollen, was Niederbayern zu bieten hat. Wir bieten dem Kunden die Möglichkeit, dass er alle unsere Produkte online bestellt und wir liefern sie dann einmal in der Woche nach Hause. Und die Möglichkeit besteht eben im Landkreis Deckendorf und in den Nachbarlandkreisen. Der Landkreis Deckendorf bietet eine unglaubliche Produktvielfalt. Der Bayerische Wald ist zum Beispiel auch bekannt für die Tierhaltung. Auf der anderen Seite der Gäuboden, wo es einen intensiven Gemüseanbau oder auch Obstanbau gibt. Und so ergänzen sich eigentlich die beiden Teile sehr gut und runden eigentlich das Angebot super ab.